Erkenne das richtige Logo, aber extrem schwer, Leute. Ihr dürft nur liken und abonnieren, wenn ihr es wisst. Äh, links. Das Jeep-Logo ist links. Silber. Oh. Was? Rechts wäre richtig gewesen? Was? Oh mein Gott, okay. Ähm, das Tesla-Logo. Äh, rechts. Das rechte Tesla-Logo. Links ist, äh, nicht richtig. Äh, rechts ist richtig. Safe. 100%. Wenn das jetzt falsch ist, lösche ich mich. Ja, okay. Let's go, Leute. Ja. Ja. Okay. Okay, Leute. Was soll darin denn extrem schwer sein? Natürlich links, Leute. Mercedes-Benz, hä? Ist doch klar. Okay, jetzt, Leute, wird's nochmal ganz schwer. Das Bentley-Logo, Leute. Oh mein Gott, hä? Das ist ja fast... Ah, Alter, das ist eine 8. Äh, rechts natürlich. Guck mal, links haben die eine 8 statt ein B genommen. Ja, rechts ist natürlich das Richtige. Leute, habt ihr alles gewusst? Dann jetzt liken und abonnieren. Und dann...